Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsadaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Freitag, den 3. Mai. Und wir beginnen am heutigen Freitag wieder mit dem S&P 500 im hier vorliegenden Tagesschart. Wir sind hier weiterhin in der Ichimoku-Wolke unterwegs, haben aber die untere Begrenzung der Wolke bisher verteidigen können. Wir sind am Vortag hier auch wieder angestiegen und konnten dabei die Unterstützung bei 5060 Punkten zurückerobern und notieren derzeit direkt hier am 50er und 10er EMA, die derzeit im Bereich von 5070 bzw. 5080 Punkten verlaufen. Höchstwahrscheinlich werden wir die Aufwärtsdynamik hier weiter fortsetzen. Das ist auch dadurch gekennzeichnet, dass wir hier eine Kette von höheren Verlaufstiefs vorliegen haben und dann weiter ansteigen, besonders dann, wenn wir den 50er und 10er EMA nachhaltig zurückerobern können, also noch weiter ansteigen können. In diesem Fall wäre dann ein weiterer Hochlauf hier zur oberen Begrenzung der Ichimoku-Wolke zu erwarten und darüber dann natürlich mit einem Ausbruch, wobei dann ein langfristiges Long-Signal generiert werden würde. Die nächste langfristige Anlaufmarke wäre dann bei einem Ausbruch nach oben, das Verlaufshoch hier bei 5284 Punkte. Sollten wir doch wieder nach unten durchrutschen und auch die Unterstützung bei 5060 Punkten aufgeben, wäre dann erneut hier der Bereich um 5050, 5000 Punkte. Die nächste Anlaufmarke in diesem Bereich haben wir auch die untere Begrenzung, aktuell der Ichimoku-Wolke. Sollten wir darunter ausbrechen, würde ein langfristiges Short-Signal generiert werden und in diesem Fall dann zunächst ein Rücklauf zum Verlaufstief bei 4927 Punkten wahrscheinlich werden. Wir machen dann weiter mit dem DAX im hier vorliegenden Tagesschart. Da können wir uns ebenfalls hier weiterhin über dem 50er EMA und der Ichimoku-Wolke halten. Das ist ebenfalls ein bullisches Signal. Der Durchbruch nach oben über den 10er EMA, der derzeit bei 18.007 Punkten verläuft, ist bisher noch nicht geglückt. Aber höchstwahrscheinlich werden wir wieder nach oben durchbrechen. Darauf deutet auch die vorwürstlich bereits bullische Tageskerze hin, womit sich dann die Lage weiterhin aufhellen würde. Auf der Unterseite ist eben der 50er EMA die nächste wichtige Anlaufmarke und Unterstützungsmarke, die deckt sich zudem mit der oberen Begrenzung der steigenden Ichimoku-Wolke. Gut, und hier haben wir dann die Markierungslinien für den Long- und Short-Bereich. Für den heutigen Freitag, da befindet sich der Long-Bereich zwischen 17.980 und 18.030 Punkten, hier direkt im Bereich um den 10er EMA. Der Short-Bereich, beziehungsweise der Bereich, wo Long-Positionen zunächst verkauft werden könnten, wäre weiterhin bei 18.500 bis 18.550 Punkten. Gut, und damit wären wir dann auch wieder durch für heute mit dem Ian G. Markets Morning Call. Ich melde mich dann wieder am Montag mit dem Ian G. Markets Morning Call und dem Ian G. Markets Chartflash. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg im heutigen Trading und ein erholsames Wochenende. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg im heutigen Trading und ein erholsames Wochenende.